Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Hallo! Wer bist du? Mein Name ist Wesley Williams und ich bin 23 Jahre alt. Ich bin extrem Einradfahrer. Und du bist aus? Ich komme aus Miami, Florida. Oh, nice! Nein, ich bin zu Besuch hier, um an der Show teilzunehmen. Als ich aufwuchs, war meine Großmutter meine größte Unterstützung. Sie hat mir immer gesagt, leb deine Träume. Leider ist sie gestorben. Aber sie hat mir immer gesagt, wenn du es in Europa schaffst, schaffst du es überall. Wir hier in Deutschland sagen genau das Gegenteil. Wir sagen, if you can make it in New York, you can make it anywhere. Okay, enjoy the show. We're ready for you. I'll enjoy it, thank you. Boah, ich bin froh, dass ich Fahrrad fahren kann. Ein Rad wäre gar nichts für mich. Nee. Da musst du aber schon Gutes gleich, wenn ich das Gefühl habe. Ich bin froh. Hier geht ganz an der Kante da, ne? Die嘛. Nein. Wow. Wow! Oh! 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 No limits! No limits! Oh! We can take it all! No limits! No limits! We can take it all! What?! Oh! Oh, no! Oh! Oh! As a child, you would wait To watch for far away But you always knew that you'd be the one to work while they all play Youth, you'd lay away In that scheme Of all the things that you would change But it was just a dream And I... I'm not! We are the Pan-Rainer We are the Warriors We build this town We're down 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 To take my heart Wow! Michael! Ja! Komm hoch! Ja! Komm hoch! Ja! Haha! Jetzt kommt schon was ganz Kleines Ich möchte mit euch! Das kommt was... Nein! Nein! Guck mal die Leiter! Oh, scheiße! Oh, wow! 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 You signed out! Where are you? I can't go anywhere. Das ist viel zu hoch. Oh, oh! Leute, Leute, keine Witze, bitte. Will you run? Oh, when the war comes? Will you run and will you fight? Will you run or will you fight? Will you run or will you fight? Oah! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Ich kann da nicht hingucken, ich finde es ganz schlimm. Vielen Dank.